Ich möchte euch die Lebensgeschichte eines ungewöhnlichen Mannes erzählen. Dieser Mann hieß John Dalton und wurde geboren im 18. Jahrhundert in Nordengland als Sohn eines Webers. Und normalerweise hieß das, wenn man als Sohn eines Webers geboren wurde, dass man schon als Kind anfing zu arbeiten, den ganzen Tag, in einer Weberei. Und das blieb den Rest des Lebens so, normalerweise. Aber bei John Dalton kam es anders. Er wusste schon sehr früh, dass er unterrichten wollte, dass er lehren wollte, dass er Dinge herausfinden wollte. Und schon mit zwölf Jahren begann er, andere Schülerinnen und Schüler an seiner Schule zu unterrichten. Und er traf die richtigen Leute und wurde gefördert. Und mit 27 hatte er die Stelle eines Dozenten an einem College für Philosophie, Naturphilosophie und Mathematik in Manchester. In der Naturphilosophie hatte es in den letzten Jahren einige Bewegungen gegeben. In der Chemie zum Beispiel, die dazugehörte, hatte man einen quantitativen Ansatz entdeckt. Das heißt, man untersuchte die Massenverhältnisse bei chemischen Reaktionen und verwendete immer genauere Wagen. Und dabei stellte man fest, dass zwei Stoffe miteinander immer in einem bestimmten Verhältnis reagierten. Als nun John Dalton diesen neuen Ansatz in einer seiner Klassen vorstellte, stieß er nicht auf das Interesse, das er sich gewünscht hätte. Die meisten Schüler saßen da und waren mehr oder weniger desinteressiert. Nur ein Schüler, der sonst auch ziemlich wissbegierig war und häufig Fragen stellte. Ein Schüler meldete sich kurz vor Ende der Stunde und sagte, warum? Warum ist das so? Warum ist was so? sagte John Dalton. Warum reagieren zwei Stoffe immer nur in einem bestimmten Verhältnis miteinander, so wie sie es uns gerade gesagt haben? John Dalton wusste, dass er eine Antwort hätte geben müssen, aber er hatte keine. Also antwortete er ausweichend, das sei nun im Moment der Stand der Dinge und man würde das alles sehr genau untersuchen und sich dieser Frage später zuwenden. Am Ende der Stunde blieb ein leises Gefühl der Enttäuschung zurück. Zum einen über das Desinteresse der anderen Schüler, zum anderen, weil er die Frage nicht hatte beantworten können. Und diese Frage nach dem Warum ließ sie nicht mehr los. Den ganzen Tag reißte sie in seinem Kopf. Warum? Warum sind es immer diese festen Verhältnisse? Jahre später war die Frage immer noch nicht beantwortet. Aber John Dalsons Enttäuschung hatte sich in Faszination verwandelt. Er war der Frage auf der Spur geblieben. Er hatte Experimente angestellt und herausgefunden, dass es nicht immer nur das gleiche Mengenverhältnis gab, sondern unterschiedliche. Also zum Beispiel würden 2 Gramm Wasserstoff mit 16 Gramm Sauerstoff reagieren. Aber dieselben 2 Gramm Wasserstoff brauchten 32 Gramm Schwefel, um zu einer Reaktion zu kommen. Und auch wenn man mit den gleichen Stoffen experimentierte, konnte man auch hier unterschiedliche Mengenverhältnisse finden. Warum? Erst als John Dalton in einem alten Buch über einen Streit las, den zwei griechische Philosophen miteinander ausgefochten hatten. Aristoteles, der sich über Demokrit lustig gemacht hatte, weil dieser Demokrit behauptet hatte, alle Materie bestünde aus kleinsten Teilchen, die unteilbar wären. Erst als John Dalton diese Stelle las, da stand plötzlich die Lösung kristallklar vor seinen Augen. Wenn Demokrit recht hatte, wenn es diese kleinsten Teilchen wirklich gab, dann würde das die festen Mengenverhältnisse erklären. Er forschte weiter, untersuchte, schrieb auf, Maß. Und schließlich stellte er fünf Prinzipien auf. Erstens, Atome können nicht zerlegt und nicht zerstört werden. Zweitens, alle Atome eines Elements sind identisch. Drittens, unterschiedliche Elemente haben demzufolge unterschiedliche Atome. Viertens, chemische Reaktionen treten dann auf, wenn Atome neu angeordnet werden. Und fünftens, Verbindungen werden durch die Atome der zugrunde liegenden Elemente gebildet. Als John Dalton diese fünf Prinzipien der Fachwelt vorstellte, erntete er Skepsis, Ablehnung, Unglauben. Und der Streit darüber, ob er recht hat oder nicht, dauerte noch bis 60 Jahre nach seinem Tod. Erst dann gab man ihm recht. Und das alles nur wegen eines Schülers, der einmal gefragt hatte, warum?